Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren For Honor Video. Gleich springen wir in schöne Vor- und Vor-Action mit der Berserkerin und die Aufnahmen, die ihr gleich sehen werdet, die sind aus dem Livestream, denn dort habe ich die Controller-Cam in Anführungsstrichen, beziehungsweise eine Controller-Einblendung mit welchen Tasten ich drücke, mit drin gehabt und da wollte ich eure Meinung zu wissen. Wollt ihr sowas auch in den Videos haben? Weil wir nehmen heute Abend wahrscheinlich For Honor auf, vielleicht auch eine interne Runde, ich weiß es noch nicht. Und ja, wer zu der Controller-Ansicht wäre also eure Meinung gefragt. Ich finde das eigentlich ganz cool, gerade bei For Honor ist das eine coole Sache und vielleicht passt das ja auch für euch und dann werden wir das so ein bisschen übernehmen. Vielleicht finde ich auch noch einen besseren Ort dafür, aber ich glaube oben links verdeckt der Controller nix. Ja, ansonsten waren es ein paar geile Runden, die ich euch zeigen möchte. Vor allem halt aus dem Livestream ist echt viel passiert und da wollte ich auf einmal danke für euch sagen, dass ihr im Livestream so aktiv dabei seid. Ja, wenn euch diese Livestream-Aufzeichnungen gefallen, die kommen nicht immer, das ist eher selten, dann würde ich noch ein Video machen mit den Livestream-Matches, was ein bisschen länger geht. Vielleicht ist auch das jetzt hier schon ein bisschen länger. Ich weiß noch nicht, was ich rausgeschnitten habe. Ich weiß nur, dass ein paar geile Szenen dabei gewesen sind. Und ja, viel Spaß bei dem Video. Würde mich wie immer sehr über euren Support freuen und bis dann. Ja, die können trotzdem sehr gut sein. Alter, da ist keiner Japse. Habe ich doch richtig gesehen. Aber er möchte Gally Japse. Habe ich doch richtig gesehen. Habe ich doch richtig gesehen. Aber echte Ninjas. Bei mir ist der Ritter Lanzelote. Was, was ist das denn? Mein Stauber funktioniert nicht. Oh, fängt schon wieder gut an. Ich bin tot. Ich habe dem nur Vorsprung gegeben. Noch nicht, aber ich könnte ihn doch kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Hä? Wie macht denn der Ritter das? Der macht den übelsten Satz nach vorne bei mir. Nein, ich habe fast gewonnen. Ich habe keine Ausdauer, weil ich bin tot. Ich habe fast gewonnen. Ich habe auch fast gewonnen. Ey, der hatte nur noch einen, der hatte nur noch einen Reifen. Da kommen sie schon. Okay, du bist jetzt. Jetzt links und rechts und ein Donnerwetter. Oh, der hat keine Ausdauer gehabt, deswegen war er so langsam. Scheiße. Ich bin tot. Oh, ich wollte den Overhead parieren und er hatte keine Ausdauer und er hat fünf Stunden später zugeschaut. Aber jetzt, wo die schlechter sind, besiegen sie dich auf einmal. Ja. Er hat ohne Ausdauer angegriffen. Das ist eine geheime Technik der Wikinger Schule. Der hat sich erstmal gemutet. Michi Bird, vielen Dank für deinen Sub. Ich habe meinen exekutiert. Kämpfe gerade gegen Ritter auf einer Treppe, ist nicht so geil. Ich habe meinen auch exekutiert. Sehr gut. Ich bin tot, ich bin exekutiert. Er hat nicht mehr viel. Hast du gewonnen, Jay? Ne. Ich meine Gott, ich habe mein Mikrofon verloren. Das war mein Kopfhörer. Der Typ hat da nicht vorbeigelaufen, Daniel? Ja, ich wollte das Schild haben und der wollte nicht zum Krabs. Das war das Elo. Deswegen lasse ich den Krabs. Nein! Überraschung! Fast geschafft. Ach man, das war schon wieder mega krank. Pariert und tot. Biolians Beard. Zeig! Ich kann dich auch mal wieder aufheben. Schön. Das war wirklich knapp. Da fehlte ein Hit. Monat. Beide meine Schwester Gegner. Meiner spielt komplett defense. Meiner spielt komplett ecklich auf die Fresse. Ganz geheimer Playstyle. Meiner ist tot nicht exekutiert? Ich hab nix gemacht, Jay. Ehrenloses Stück. Gutes Duell, Jay. Du ehrenloses Stück Scheiße. Wenn Jay den fertig gemacht hat, war schon krass. Ey, ich mach's voll am Seiten. Ja, du hattest den. Wo ist denn der letzte? Ich hab ihm nur ein Stück aus der Schulter geschlagen. Sehr gut, Quatsch ducken. Ah, nice. Doch, Mann, Alter. Jetzt klaut er jedes Duell. Den hast du auch krass geholt. Du F***er. Jetzt wusste ich, was ich bei Twitter schreiben sollte, wenn ich schon retweete. Ja, Dalo, komm mal her. Nein! Ich muss erst noch mal ein Ritter-Duell gewinnen. Warum? Wie macht der Ritter das? Diesen Sprung, ne? Nein, der hat so einen Angriff, der geht so schnell, wie wenn er keine Ausdauer hat. Ich geh jetzt wahrscheinlich down. Aber ich hab nur eine Wurfax! Damit hat er nicht gerechnet. Leute, ich hab ein Bot, ich hab ein Bot bei mir. Ich hab gewonnen. Ja, bei mir, der ist ein Bot von der Pro. Ihr steht doch dran. Ne, ich mein, ein Bot-User. Der hat genau die gleichen Aktionen wie ich gemacht. Immer jedes Mal. Also hast du auch ein Bot? Ja. Nein! Ja, der hat aber... Perfekt, ne Millisekunde nach, wenn wir ihn gleich muchen machen. Oh, der kommt jetzt da so wieder. Und ich kann nicht mehr schnell laufen. Komm her, du Pisser. Oh. Ich kann nicht schnell laufen, weil ich das Ding aktiviert hab. Ich wusste doch nicht, dass du kommst. Ja, der ist jetzt weg. Kannst du nicht wegmachen, Nina? Ne, kann ich nicht. Ich glaube, wir sind in dieser Geschwindigkeit. Wir sind auf jeden Fall jetzt zu viert. 4 und 2. Unglaublich. Aber wir können auch noch einen wiederbeleben. Es braucht zwei Jahre, bis ich da bin. Ja, mich kann man wiederbeleben. Ich kann ja mal pingen, aber ich bin halbtot. Oder ein Viertel tot. Da ist bestimmt auch jemand bei dir, oder? Ne. Den hat Dalu grad runtergekackt. Achso. Hier sehen sie, ein wildes Dalu. Welches... Da ist ein Schott, wo sie mir hinkommen. Von rein. Ne, wo ist Dalu? Was macht der Dalu eigentlich gerade? Der dreht sich. Wo bist du, Dalu? Auf der Brücke. Was war's da? Ich mach die Lisi hier. Oh nein, er macht sie nicht fertig, oder? Nein. Ähm, der letzte ist bei mir, Dalu. Dalu. Nein, er hat die alle drei. Wuhu. Er hat die alle drei. Er ist sicher. Sie haben eine geile Runde. Warum hab ich keine Sub-Sounds mehr oder überhöre ich die? Auf jeden Fall ging's mir schon wieder mega ab. Die Fickerin, ne neue Sendung auf Sat.1. Oh. Hätte aber dann das Schild von dem Ugly Grill haben müssen. Ja, grüß dich. Und scheißer Kerl. Oh, das sind fünf Fan-Previews. Und Fanstore27. Fanstore27. Neue Dating-Plattform. Boah. Da hat er die Fickerin kennengelernt. Und den scheißer Kerl. Das deutsche Poundor zu Windows. Fenster. Fenster27 sind wir schon. Ach, die neue Legend. 47. 40. Runde eins. Runde eins. Runde eins. Oh, endlich mal. Oh, ich darf gegen die Fickerin kämpfen. Die Fickerin rennt direkt vor mir weg. Das Fenster hat heute geschlossen. Der ist mega defensiv. Ja, okay. Die Fickerin hat sich direkt ein Upgrade geholt. Und rennt auch direkt zu einem hin. Der, der bei dem oberen Punkt kämpft, könnte gleich. Jo, 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 jo. Ja, Leute. Dann exekutiert eure Gegner. Meiner ist tot. Die Fickerin kommt. Oh, und abgewehrt. Die wir jetzt richtig ungenommen jetzt. Okay, ich werd richtig gemessert. Ich bin sowas von down. Und durch wen? Die Fickerin hat Damage-Buff und alles auf Blut. Haben wir? Kommt, bei mir in der Base ist die Fickerin, Leute. Wo ist die Base? Wo ist die Base? Fickerin ist tot. Keine Ahnung, der Kopf ist weg. Da ist auch noch hier der... Der Ugly, Ugly ist hier. Der Kopf liegt im Haus, der Körper hat aber auch so. Da vorne wird's noch gekämpft. Ich kann... Irgendwie funktioniert mein Converler grad nicht richtig. Ja, den backer ich auch öfter. Großes Problem in dem Spiel. Jetzt geht's. Hey, du kannst noch ein paar Punkte sammeln. Dann kannst du mich auch aufheben. Das ist eine gute Idee. Ich bin hingefallen. Ich lass eben Alex aussteben, dann kann ich den auch nochmal wieder beleben. Dann kriegst du schneller eine Level-4-Fähigkeit. Dann, wenn er nicht aufpasst, staub ich den Kill ab. Oh, shit. Loi, ernsthaft? Ich hab nen harten Angriff gemacht. Das kann ich auch. Ich hab eine Sekunde zu früh gemacht. Hast du auch den Backflip? Nee, kann mich doch freuen. Hui. Ich fall hin. Ich hab halt... Ich hab noch kein Geld dafür ausgegeben. Was? Kein Geld ausgegeben? Ist das die Fickerin? Oh, die Fickerin haut ab. Die Fickerin ist ein richtiger Pussy. Wenn die mich anstrengt, wird die richtig gefickt. Loi, was war das denn? Aber macht sie nicht. Meiner ist tot. Und wie sieht's bei euch aus? Meiner lebt noch. Ich hab nen Schild wieder. Ey, Berserker geht mega ab. Berserkerin. Die Fickerin haut ab. Muss mal Dalu helfen. Der schafft das jetzt nicht. Hallo? Weh, das ist mein Kick. Hau ab. Hey, warum bist du schneller? Ich bin schneller. Ich bin schneller. Das ist meiner. Bleib still. Du bist auch schnell. Ich wurde weg. Nein, das ist die Aufgabe. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der wird wieder beleuchtet. Die rennt zu Gott. Meiner rennt weg. Ich wollte den gerade hin. Aber ich bin schneller. Der ist immer noch hinter mir. Die rennt jetzt wieder zu dem Puff, wo du am Anfang war's. Dalu. Nee, macht ne größere Runde. Ich bin fertig. Ist jetzt bei B unten. Was? Ich bin... Wollen wir erst hochgehen. Der belückt fast nur X der Typ, ne? Naja, deswegen. Home to the window. Ups, to the wall. Oh, boah, die hast du fast auf mich geworfen, die Typ. Das war keine Absicht. Das hab ich genau gemerkt. Ah, hier ist der letzte bei mir. Ich hab noch nass im Ärmel. Was ist mit ihm jetzt los? Kann ich nicht hier retten. Hier ist ja ja keiner. Meiner. Ja, ist hier was denn? Meiner! Nein, Meiner! Axtwurf! Ach, Mann! Alter, du hast hier den Weg geschlafen. Meiner! Das ist Meiner! Leute, ich bring dir den Tod. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Den hab eindeutig dann ich gemacht. Bringt dann den Tod, ey. Ich bedanke mich gleich wieder bei den ganzen Subs, Leute. Erstmal wird nochmal die Fickerin hier herangenommen. Die Fickerin haut schon wieder ab. Kann ich aber auch verstehen, ja. Alter, Samurai, der nur... Das ist schon ein harter Rape von mir hier. Oh, Mann. Fuck! Ich hab nen Samurai, der nur x-pampt. Den könnt ihr locker killen. Dann greif ihn doch an. Ich bin tot. Bam, Junge! Schön, Jay. Läuft! Jawoll, aber nicht exekutiert. Ja, ja. Ich hab aber mit nem rechten Trigger getötet. Das fand ich frech. Weiß gar nicht, warum der das manchmal nicht anerkennt. Zwei Stück bei Kastradzeit durch! Gleich kommt der rettende Axtwurf! Ich hab ihn im Visier! Axtwurf! Hab ich auch noch nen Axtwurf frei. Wo ist der? Oh, jetzt werden noch Deutsche geschmissen. Und der weicht aus? Welche Richtung? Welche Richtung? Oh, gar nicht. Schnell bevor Jay kommt, leichter Angriff. Nein! Ich bin auch schon Level 3 mittlerweile. Wer hat mehr Heldenkills als Dalu? Ich weiß auch welcher der eine ist. Heldenkills als Dalu? Am Ende erzählt nur der Gewinner die Geschichte. Die waren richtig stark. War gestern genauso. Wir haben gestern mega evil oft gespielt. Oh ja. Das kann ja keiner erzählen. Oh, Hilde. Hilde mit rar Schultern. Ist das ein Bot? Ja, okay. Loll. Das war jetzt crazy shit. Was hat der denn? So. Game over für dich. Hilde macht mich fertig Jay. Wo ist die Hilde denn? Hilde. Hilde der Bot? Hilde der Bot. Das ist kein Bot. Guck mal was der macht. Das ist doch Spieler. Das ist wieder ein Entwickler. Das ist wieder ein Entwickler. Meiner rennt weg. Meiner rennt weg. Meiner rennt weg. Irgendeiner muss sich retten. Ich rette mal einen. Irgendwer hat da hinten gemeckert. Ja. Mein Bot ist einfach verschwunden. Ich bin tot. Oder? Hä? Was willst du hier? Hab ich besiegt. Mein Bot. Der hat doch gerade ein Ausrufezeichen. Ja. Meiner ist weggerannt. Irgendwo hin. Keine Ahnung. Hier unten ist wieder die Ketzerin. Ich hab meinen Bot so verprügelt, dass der sich in Luft aufgelöst hat. Schön ohne Ehrenhaft. Okay. Ach man. Ey du kriegst aber einen Kill Assist. Ja. Ja. Was will ich denn damit? Hilfe. Hilfe. Mir rennt einer. Der ist am Ende. Der ist der letzte Gegner. Ist das Bot? Der ist kein Bot mehr. Endrange. Genau als ich zuschlage. Hallo Rufdorf. Geh mal drauf. Und jetzt noch Taunten. Nein, nein. Ich war nicht mehr. So fehlender Berliner U-Bahn wären. Wiener Dortmunder Innenstadt. Wir haben Dortmunder Fußballspiel. Das sind alles Leipzig-Fans. Oh nein. Nein, natürlich nicht. Ja komm, hol dir mal das Stink, dann hol ich ab. Passt davon. Ach hör doch auf hier, mich guardbraken zu wollen. Einer kommt bitte. Oder was ist denn das da? Nicht guardbraken. Ja genau, es sind zwei bei mir. So macht man das, wenn. Noi. Meiner ist wieder down for the count. Fuck. Er hat mich. Wie? Was ist da passiert? Ja, schwächer Anfall. Na, das ist nicht gut. Hab gerade mit verwundenen Augen gespielt. Hat nicht geklappt. Challenge of Sound Challenge. Das hast du ja wiederbeleben. Ich wollte dir ein paar Punkte geben. Oh, ist er den ausgewichen? Schlecht. Ja, der hat... Alter, was ist das für ein Bobo, ey? Der macht nur sein Unaufhaltbaren. Der Typ da der Dicke? Ja. Ja. Ja, der ist echt nicht guardbraken. Ja, der Deppertuch ist mir voll dazu. Ja, ist aber okay. Ist okay. Ist okay. Ich muss das... Jetzt gibts nämlich richtig auf den Nacken. Nacken. Der alte Stier-Nacken, ja. Und da gibts noch nen Axtwurf. Zack. Du fliehst von hinten. Das ist meiner. Das ist meiner. Ja, echt? Das ist meiner. Der geht jetzt in Rage und macht dich nass. Ich warte. Hehehe. Alter. Das war deiner, oder? Was ist da passiert? Dann parier ihn doch mal. Ich parier nicht. Ich bin Samurai. Dann pariert man nicht. Wir haben extra gewartet. Du wolltest den Kampf. Du musst extra rangehen, damit der Rache kriegt. Du wolltest den Kampf. Ja. Runde 3. Soll ich die Nache. Ja, meiner will nur X machen die ganze Zeit. Aua. Alter Schwede. Da muss ich mich gleich bedanken. Wieder nach der Runde lese ich wieder alles vor. Jace ist einer schon tot und exekutiert. Nein. Ich arbeite dran. Dalu, hau ab. Hau ab. Zack, meiner. Da haben wir ihn doch. Und sogar noch Rache am Ende bekommen. Ja, als ob der den gehabt hätte. Natürlich. Der hat doch eigentlich nass gemacht hätte er dich. Den wieder nicht exekutiert. Wo ist denn der? Ist der bei euch? Nein. Na Base, glaube ich. Okay, dann bleib ich lieber. Ja, ja. Bleib da, wo du bist. Ja, ja. Ich hab... Nein, scheiße. Ich hab Cramps gekillt. Ich hab Cramps gekillt. Ich wollte jemand exekutieren. Ja, ja. Du Drecksratte. Aua. Du bist ein... Wir hätten den aufgekriegt. Cramps ist der einzige mit zwei Toten. Das ist aber schlecht. Du Arschloch, wegen dir. Da ist eigentlich besser greiflich. Untertitelung des ZDF, 2020